Musik Die Landesnervenklinik in Graz-Buntigam wurde 1874 als Heilanstalt in Betrieb genommen. Seit dieser Zeit hat sich hinsichtlich Arbeitsplatzschaffung und Sicherung für behinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr viel verändert. Der öffentlichkeitsnahe Betrieb mit über 1300 Beschäftigten bietet eine Vielzahl an Arbeitsplätzen für Menschen mit Einschränkungen. Dies ist nur durch das große soziale Engagement der Personalabteilung unter der Leitung von Herrn Alfred Neuhold möglich. Wir wollen Mitarbeiter mit Einschränkungen vor allem darum beschäftigen, um ihnen auch eine Möglichkeit zu geben, im Berufsleben Fuß zu fassen bzw. sich voll zu integrieren. Ich glaube, dass die Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine viel, viel positivere geworden ist. Und ich freue mich immer und wir freuen uns immer und wir kriegen sehr viele positive Rückmeldungen und das ist für uns auch immer eine zusätzliche Motivation, wenn es irgendwo wieder benötigt wird, dass wir vielleicht wieder schauen und eine Behinderte oder einen Mann oder eine Frau mit einem Handicap wieder einzustellen. Man merkt beim Lukas auch nicht, dass er wirklich eine kleine Lernschwäche oder etwas hat. Das merkt man eigentlich nicht. Wir schauen, dass wir da zusammenkommen und es geht recht gut. Wie gefällt Ihnen die Arbeit auf der Station da? Erstens. Es könnte nicht schöner sein. Weil, wenn ich eine Arbeit gesucht habe, habe ich immer geschaut, was ich erwische, was so abhängig ist wie hier und hier ist es am schönsten. Ja, wunderbar. Die Kollegen sind gut. Ja, ich meine, ich glaube, die umfühlt sind angenehm. Passt, ja. Nein, es ist so, wenn du von der Schule herauskommst, dann habe ich nie gewusst, was ich werden will, weil durch die Legasthenie bei mir ist es immer schwer, irgendwas zu finden. Dann bin ich so zwei Jahre einmal herumgesucht und dann bin ich daher gekommen durch die... Weil ich zwischendurch einmal Regalbetreuung probiert habe, bin ich darauf gekommen, irgendwie zu eintönig, das Regal. Dann habe ich einmal neun Wochen beim Magistrat probiert. Das war nicht das Wahre. Und hier ist es das, was ich immer wollte eigentlich. Umfangreiche, bauliche sowie organisatorische Adaptierungen sowie ein hoher Prozentteil von über 15 Prozent an behinderten Beschäftigten zeichnen die Landesnervenklinik Sigmund Freud aus. Nach anfänglicher Skepsis sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den einzelnen Stationen so gut integriert, dass ein Betrieb ohne sie kaum noch denkbar wäre. Okay. 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 Vielen Dank.